Jetzt zünden wir die Skepta Neuheil 2013 von Leslie für euch. Es ist wirklich extrem tief, der war schon höher. Es ist wirklich eine abnormal große Ausbreitung. Aber ich finde viel zu wenig Schuss. Vor allem der erste Schuss so tief, das ist eigentlich ein No-Go. Wie ist das? Ich finde viel zu arg, der halt mal was und verursacht. Abonnieren Sie mal runtera Godfrey, Das war's. Das war's.